Die neue Sammelausstellung im Museum Ettlingen mit dem Titel Karl Hofer Lebenslinien, die bis zum 30. Dezember diesen Jahres gezeigt wird, ermöglicht eine besonders intensive Begegnung mit dem Künstler und dem Menschen Karl Hofer. Persönliche Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen, wie sie durch zahllose Briefe und der Autobiografie Hofers überliefert sind, begleiten in dieser Ausstellung eine Auswahl repräsentativer Werke aus sieben Jahrzehnten und setzen diese in einen ganz persönlichen Kontext. Diese Werkschau Lebenslinien wird im Lauf des Jahres durch einen zweiten Ausstellungsteil mit dem Titel Bilderspröder Schönheit ergänzt werden. Dieser widmet sich mit mehr als 50 Werken dem Thema der Variationen innerhalb Hofers Oeuvre. Bruno Leiner, ein Freund des Künstlers, charakterisierte sein Werk in der Rückschau. Das, was in diesen Bildern lebte, war das Humane, das aus tiefster Erkenntnis gewonnene Menschliche. Wo in der modernen Malerei gibt es heute noch eine derartige Gebärde, die von solcher Zartheit und Innigkeit, Zuneigung und Hingabe ist, wie bei Hofer. Ganz gleich, ob es ein Liebespaar ist oder zwei Freunde oder Freundinnen, immer spürt man das sinnlich-seelische, das heißt dieses Humane, das auch nicht verloren geht, wenn Hofer das Hintergründige, Dämonische und Furchterregende malt. Beide des Künstlers, schau� von Hofer. ... ... ... ... ...